Ich bin ja ein bisschen schneller als die meisten Bigs, dementsprechend muss ich das ein bisschen ausnutzen. Ich werde jetzt nicht unbedingt der Typ sein, der im Low-Post sehr viel macht, aber ich habe halt meine Stärken in der Geschwindigkeit. Basketball ist einfach ein Spiel der Close-outs und es geht beim Basketball darum, den zu attackieren, der rauskommt. Das ist einfach Basketballspieler sein. Einfach spielen und die Situation lesen.